Nun ist es soweit. Nach ca. zweieinhalb Jahren Arbeit habe ich im März 2020 das Neue Testament aus dem altgriechischen Grundtext fertig übersetzt. Hier behandelt es sich um eine interlineare Übersetzung, daher wird der altgriechische Originaltext über der deutschen Übersetzung mit abgebildet. Als Textgrundlage habe ich den Textus Receptus, Text nach dem Autor Stephanus von 1550, verwendet. Dieser hat nicht den Anspruch, den originalgriechischen Text des Neuen Testamentes abzubilden. Muss er auch nicht, da der Großteil der anderen Textus Receptus Lesarten mit abgebildet wird. Erhältlich ist die Übersetzung vorerst nur über Amazon in zwölf Bänden auf 3783 Seiten als Buchdruck in schwarz-weiß oder in Farbe als E-Book, welches nur über die kostenlose Kindle-App auf dem PC, Smartphone oder Tablet gelesen werden kann. Dazu braucht es aber dann einen Amazon-Account. Was macht die Nature 23 Bibel besonders? Zum ersten Mal in der deutschen Sprache bekommt der Leser gleichzeitig die Textus Receptus-Variationen der bekannten Autoren zu sehen und die aktuellen Nestle-Aerland-Lesarten, welche die meisten deutschen Bibelübersetzer seit 150 Jahren verwenden. So kann der Leser zum Beispiel die Unterschiede zwischen Schlachter 2000 und der King James zu Gesicht bekommen, da es einen einheitlichen Textus Receptus nicht gibt. Nur eine Textus Receptus-Tradition. Daher unterscheiden sich auch Bibelübersetzungen, die vermeintlich auf den einen Textus Receptus beruhen. Ein Beispiel hierzu Jakobus 5,12, vorgelesen aus der Nature 23 Bibel. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, nicht schwört weder bei dem Himmel, weder bei der Erde, noch bei anderen Dingen irgendeinen Eid. Es sei aber euer das Ja ein Ja und das Nein ein Nein, dass nicht zur Heuchelei ihr fallen werdet. So übersetzt es auch die Luther 15,45. Aber die Luther 1912 und die Schlachter 2000 und die King James von 1611 übersetzen am Ende nicht, zur Heuchelei ihr fallen werdet, sondern nicht durch das Gericht ihr fallen werdet. Hier beide Lesarten sind im Textus Receptus den Traditionen vorzufinden und Luther wählte, die am meisten bezeugt wurde, 1545. Und nach seinem Tod hat man die Luther 1912 bis dorthin angepasst, dass man hier die Lesart durch das Gericht wählte und nicht zur Heuchelei, die bis heute 22 Mal in Handschriften in Altgriechisch bezeugt sind. Desgleichen schauen wir hier mal in die App hinein, in Hebräer Kapitel 10 Vers 34, was wir dort vorfinden. Und gewiss demnach, den meinen Fesseln habt ihr Mitgefühl und den Raub des eures Besitzes mit Freuden habt ihr angenommen, erkannt zu haben in sich selbst einen besseren Besitz. Und dann geht es auf der nächsten Seite weiter. Das wollen wir jetzt hier nicht weiterlesen. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass hier oben, ja, meinen Fesseln, diese Lesart ist im Textus Receptus wiedergegeben. Und dafür haben sich auch entschieden Luther 1545, Schlachter 2000 und die King James. Aber die Luther 1912 wählte hier nicht die Textus Receptus Tradition, sondern wählte das griechische Wort, das mit Gefangene oder Häftlinge übersetzt wird. Und dadurch haben wir natürlich einen neuen Sinn gehalten, wo es hier heißt, und gewiss demnach, mit den Häftlingen habt ihr Mitgefühl, also nicht mit meinen Fesseln, des Autors des Hebräerbriefs, sondern im Allgemeinen mit allen, die gefangen sind, um das Evangelium willen. Und hier sehen wir mal einfach nur ein Beispiel, auch hier kann jeder das selber bei sich zu Hause vergleichen, mit der Luther 1545 und der Luther 1912, dass es hier diese Unterschiede gibt. Und auch hier sehen wir, dass Luther 1912 nicht auf die Textus Receptus Tradition allein beruht, sondern auch da schon durch Textkritik andere Lesarten angenommen wurden, in dem Text der Luther 1912. Dass es auch unter den Textus Receptus Übersetzungen, in den deutschen Übersetzungen Unterschiede gibt, kann man zum Beispiel in Lukas Kapitel 1 vorfinden, in Vers 35, da heißt es, Und als Antwort der Engel sagte ihr, der Heilige Geist wird herankommen auf dich und die Kraft des Höchsten wird dich beschatten. Darum auch das, was da geboren wird, heilig wird es genannt werden, der Sohn des Gottes. Ja, und hier finden wir vor, dass auch die Schlachter 2000 diese Lesart nach Stephanus favorisierte und so auch abgebildet hat in ihrem Text. Aber die Luther 1545, die Luther 1912 und die King James Bibel wählten hier noch die Worte aus und dir dazu, oder von und dir, das kann unterschiedlich übersetzt werden, so dass es dann heißt, darum auch, dass was da geboren wird aus dir, heilig wird es genannt werden, der Sohn des Gottes. Ja, also hier sehen wir die einheitlichen Grundwörter des Altgriechischen fanden sich nicht in den Vorlagen der Übersetzer, sei es nun der Schlachter 2000, Übersetzer oder Luther oder 1912 oder der King James, sondern da gibt es intern auch Unterschiede und alle diese Unterschiede, die hier vorzufinden sind, in den Textus Rezeptus Traditionen und die Übersetzer, die dann halt in der deutschen Sprache das eine oder andere gewählt haben oder in der King James im Englischen, das wird alles hier in der Nature 23 Bibel mit angezeigt, so dass der Leser dann auch sieht, okay, hier scheint es auch Unterschiede zu geben in den sogenannten Textus Rezeptus Übersetzungen in der deutschen Sprache. Sie können die Schlachter 2000, die Luther 1545, die Luther 1912 und die King James nebeneinander legen und werden sehen, dass es an gewissen Stellen Unterschiede gibt, wenn auch nicht gerade leereingreifend, dennoch sollte der Leser die Möglichkeit bekommen, die Unterschiede kennenzulernen beim Lesen. Auf Satzzeichen wurde in der Übersetzung verzichtet, da auch im Urtext diese nicht vorlagen. So können Satzanfang und Satzende oder ein Komma vom Übersetzer oftmals hingesetzt werden, wo sie wollen und so den Text nach eigenen Ermessen anpassen. Neben dem Grundtext gibt es aber auch natürlich Übersetzungsfehler zu finden, Grundtext unabhängig, ob nun in der Luther oder in der Schlachter, wir wollen es aber hier ganz genau nehmen. Vorwiegend werden aber dem Leser die Unterschiede zwischen Textus Rezeptus und Nestle-Alan interessieren und weniger die Textus Rezeptus-Unterschiede. Besonders ist anzumerken, dass Band 11 die universellen Briefe Jakobus, Petrus, Johannes und Judas sogar die ECM-Edition enthält. Daher alle Lesarten der altgriechischen Manuskripte, die wissenschaftlich bis 2013 festgehalten wurden, die bis heute von mindestens zwei Handschriften noch bezeugt wurden. Dazu Band 5, die Apostelgeschichte, welcher den aktuellsten Wissenschaftsstand darbietet auf Deutsch, den Sie bisher in keiner Übersetzung so vorfinden werden, da die modernen Bibelübersetzungen diese in zukünftigen Auflagen erst ausbessern müssen. Da jetzt schon die zukünftige Nestle-Alan-29-Version Lesart enthält, die an vielen Stellen wieder auf den Mehrheitstext Textus Rezeptus zurückschwimmt in einer ECM-Light-Version. Da ja nur die Textänderungen aufgezeigt wurden, für welche sich der aktuelle Nestle-Alan-Text entschieden hat, darunter auch zwei bis drei Lesarten, wo Nestle-Alan sich nicht fest entscheiden konnte, welche Lesart die richtige ist. Auch diese wird in Band 5 und Band 11 erkenntlich sein. Im Ganzen wurde versucht, Urtext nah zu übersetzen. Auf die Vereinheitlichung unterschiedlicher griechischer Wörter zu einem deutschen Wort wurde weitgehendstens verzichtet, um den Leser so nah wie möglich an den Urtext heranzuführen. Kommen wir nun zum angezeigten Text. Auf dem Außenrand werden die altgriechischen Textzeugen angegeben. Zur Auswahl stehen ein Doppel-T, was bedeutet, an dieser Stelle gibt es Textus Rezeptus Unterschiede unter den Autoren. Diese werden auch in der Farbversion mit einem grünen Feld hinterlegt. In der Schwarz-Weiß-Ausgabe wird dies dann an den Buchstaben Doppel-T ersichtlich und nicht an den Farben. Ein großes N bedeutet, diese griechische Lesart in Handschriften folgt Nestle-Alan. Ein großes B bedeutet, dass der byzantinische Mehrheitstext 2010 folgt hier der Textus Rezeptus Lesart oder, wenn er unterhalb des Rahmens steht, der Nestle-Alan-Lesart. Je nach byzantinischer Lesart kann er auch beiden folgen oder keinen von beiden, sondern seine eigene Lesart haben. Die eigenen Lesarten des byzantinischen Textes Versions 2010 oder 2018 oder F35 sind nicht in dieser Ausgabe enthalten, sondern sie bezeugen nur die Lesarten von Textus Rezeptus oder Nestle-Alan. Daher, wenn ein großes B fehlt, wurde dies nicht vergessen, sondern der byzantinische Text 2010 hat sich für ein anderes griechisches Wort entschieden, als sie abgebildet. Wenn oben und unten ein B zu sehen ist, werden beide Lesarten in byzantinischen Lesarten gewählt. An einigen Stellen bezeugen der byzantinische Text und Nestle-Alan die Stephanus-Lesart, aber nicht eine andere Textus Rezeptus-Lesart. Das kann auch vorkommen, andersrum ist es aber auch möglich. Dazu kann Nestle-Alan eine eigene Lesart aufweisen, die neben den Textus Rezeptus-Lesarten aufgeführt wird, wie man hier sieht. Hier wird von oben nach unten per Buchstaben die Textzeugen angegeben. Daher, wie hier abgebildet, Jakobus 1,19. Da heißt es nach dem Textus Rezeptus Daher, meine geliebten Brüder, es sei jeder Mensch schnell, was das Hören angeht, langsam, was das Reden angeht, langsam zum Zorn. Nestle-Alan wählt hier, das ist im grauen Bereich markiert, ein anderes griechisches Wort, als wie der Textus Rezeptus, was mit wisst ihr übersetzt wird. Auch fügt Nestle-Alan ein griechisches Wort auch mitten im Vers noch ein, das mit aber übersetzt wird. Und so liest sich der Vers dann, Wisset ihr, meine geliebten Brüder, es sei aber jeder Mensch schnell, was das Hören angeht, langsam, was das Reden angeht, langsam zum Zorn. Nun haben wir aber auch noch zwei andere Lesarten, hier an dieser Stelle in den Texthandschriften vorzufinden. Einmal das Wort übrigens, ja, und dann noch einmal, dass das Wort völlig fehlt. Also würde man sagen, übrigens, meine geliebten Brüder, es sei jeder Mensch schnell, was das Hören angeht. Oder man lässt das Wort weg, dann hieß es einfach nur, meine geliebten Brüder, es sei jeder Mensch schnell, was das Hören angeht. Also der Sinngehalt wird jetzt nicht so stark dadurch verändert, aber hier tauchen halt unterschiedliche griechische Worte in den Handschriften auf und die sind hier auch bezeugt in den Zahlen. Das heißt, die Nestle-Alan-Lesart, hier mit dem N, was da vorne steht, ist 26 Mal noch in Handschriften bezeugt. Dann nach der Lesart von weiteren Handschriften, die hier zweimal existieren, danach kommt die 2 hier, die aufgelistet wird, Ja, schreibt hier übrigens, so beginnt sie den Vers und in 14 Handschriften heute noch fehlt dort an dieser Stelle generell das Wort und der Vers fängt einfach an mit Meine geliebten Brüder und hier oben sehen wir halt, dass der byzantinische Text, ja, den Textus Receptus hier favorisiert und auch das große M, Was hier bedeutet, dass mehrheitlich alle Handschriften, die heute noch existieren, mindestens doppelt so viel, als wir hier unten angegeben, Es heißt, mindestens 52 Handschriften, also doppelt so viel als die größte Zahl hier, weist auf, dass der Vers mit daher anfängt. Ja, und so kommen hier unten dann mehrere Zahlen zustande, wenn halt mehrere Übersetzungen, also von oben nach unten und von links nach rechts, wenn es hier um die Zugehörigkeit der jeweiligen Lesart geht, mit den Zahlen und Textmengen hier dann auch zuzuordnen sind. Auf den ersten Seiten im E-Book und Druckversion ist die Legende zu finden. Der Farbcode Rot zeigt an, dass im Textus Receptus oder anderen Lesarten in Band 11 der Nestle-Alan-Text nicht auftaucht. Daher hat Nestle-Alan-Text hier zusätzlichen Text, der unten abgebildet wird. Der kurze Strich zeigt aber auch an, dass hier Wörter nicht auftauchen. Es braucht zwingend also nicht die Farbcodes. Orange heißt einfach nur, dass es hier eine Textvariation gibt zu Nestle-Alan-Text. Anders verhält es sich bei der ECM-Version in Band 11, dazu kommen wir noch. Der Buchstabe N bedeutet, wie gesagt, dass dieses griechische Wort mit deutscher Übersetzung Nestle-Alan-Text in seiner griechischen 28. Ausgabe, grünfeld zeigt die Textus Receptus-Lesarten an, grausfeld und der Buchstabe N bedeuten, hier finden sie die Nestle-Alan-Lesart. Im Band 5 und 11, die auf dem ECM beruhen, werden unterstrichene Nestle-Alan-Lesarten angemerkt. Daher ist der Unterstrich zu finden, wie in Apostelgeschichte 28, 15, hat dieser zu bedeuten, dass Nestle-Alan hier angibt, auch die Textus Receptus-Lesart könnte stimmen. Das Wort kein in einem violetten Feld zeigt an, dass für diese Lesart heute kein Textzeuge mehr vorhanden ist, auf Altgriechisch. Daher, sie sind verloren gegangen, verbrannt oder zerstört worden die letzten 500 Jahre. Drei Fragezeichen bedeuten, dass die Übersetzung für diese Textvariante noch nicht sicher abgeschlossen ist. Wörter, die in Klammern stehen, geben die Interpretation des Textes an, wie der Text wohl zu verstehen ist. Auch sind manchmal einfach Hilfswörter darin zu finden, um das Lesen des Textes besser zu ermöglichen. Diese stammen von meiner Person. Es obliegt hier selbst jeden, diese zu nutzen oder wegzulassen beim Lesen. Sie haben nicht den dogmatischen Anspruch auf Wahrheit. Zahlen an den Lesarten geben an, wie viele griechische Textzeugen heute bekannt sind für die Lesart. Beispiel Jakobus 1, 12. Der Herr. Die byzantinische Lesart bezeugt auch diese Worte. Nestle-Alan lässt hier die zwei Worte weg. Dass der Artikel der nicht vorkommt, ist 27 mal bezeugt in Handschriften. Dass das Wort Herr fehlt, ist 15 mal bezeugt. Es gibt aber auch die Lesart der Gott. Wo Gott 22 mal bezeugt wird in Handschriften. Und dann gibt es sogar noch drei Handschriften, die lesen, der untrügliche Herr oder der untrügliche Gott. Was genau von beiden ist hier nicht ersichtlich in der Ausgabe, sondern nur in den Fachausgaben des ECM. Wenn hier der Buchstabe M auftaucht, hat dies wie gesagt zu bedeuten, dass die Lesart mindestens doppelt so viele Zeugen hat, wie die Alternativlesarten. Es kann aber auch hin und wieder auf ein Unentschieden hinauslaufen, wie in Jakobus 1, 26. Wo der Textus Rezeptus 51 mal bezeugt wird und die Nestle-Alan-Lesart 54 mal. Hier kann man natürlich nicht mehr von einem Mehrheitstext sprechen, sondern zwei Lesarten, die gleich oft heute noch vorhanden sind. Unten sind noch die Textus Rezeptus Editionen vorzufinden, die hier in den Text mit eingeflossen sind. Zukünftig werden noch weitere Folgen bis 2023 arbeite ich auch daran, die Vulgata-Lesart mit zu integrieren. In der oberen Zeile sehen Sie den altgriechischen Text, daher den Textus Rezeptus von Stephanus. In der Zeile darunter werden zum Beispiel Lesereienfolgen angegeben. Daher, der Leser liest in einem Vers immer erst die Zahlenfolge, zum Beispiel 1 bis 9, wenn solch eine angegeben ist. Beispiel Matthäus 17, 1. Es können sich aber auch Alternativübersetzungen in dieser Zeile vorfinden, was aus dem Griechischen auch rauszulesen wäre. Soviel zur Erklärung des Textaufbaus. Zwei Dinge werden nicht berücksichtigt in den Unterschieden zwischen Textus Rezeptus und Nestle-Aland. a. Unterschiedliche Wortreihen folgen, die den Sinngehalt nicht verändern, wie der Knecht Jesus Christus, Jesus Christus der Knecht, Christus Jesus der Knecht, als auch das griechische Wort Allah, Allah, welches üblich mit Sondern, Jedoch oder Sogar übersetzt werden kann. Hier gibt es oft die Schreibweise ohne Alpha am Ende, also nicht Allah, sondern All. Die Bedeutung ändert sich jedoch nicht. Zum E-Book ist noch Folgendes zu sagen. Hier könnt ihr in dem jeweiligen Band natürlich in das entsprechende Kapitel springen oder in die Legende bei Bedarf. Oder auch nach Worten suchen. Ziel ist es, bis 2023 den Feinschliff zu vollenden. Bis dahin kommen hin und wieder neue Textstände raus. Welcher gerade aktuell ist, finden Sie auf der Seite www.bibelcenter-berlin.de unter dem Punkt Nature23bibel. Um die E-Book-Version auf den aktuellen Textstand zu bekommen, diese aktualisiert sich nämlich nicht in der App automatisch, schauen Sie sich das Erklärungsvideo dazu in der Videobeschreibung an, was auch am Ende nochmal angezeigt wird. Wenn Sie diese aktualisieren, verschwinden aber alle farbliche Markierungen im Text, die Sie vorgenommen haben, in der App. Wer mit der Nature23bibel voll zufrieden ist, kann sie auch auf Amazon mit 5 Sternen bewerten. Je mehr Bewertung das Buch hat, umso besser kann es beworben werden. Wer mehr als 50 Euro ausgibt in einem halben Jahr auf Amazon, kann Bewertungen abgeben. Warum gibt es keine Farbdruckausgaben auf Amazon? Der Grund ist, dass dann alle 12 Bände ca. 500 Euro kosten würden. Leider sind die Farbdruckpreise bei Amazon sehr teuer, da dort nicht auf Masse gedruckt wird, sondern jeder Band auf Bestellung einzeln. Die Buchdruckausgaben gehen zum Selbstkostenpreis raus, um den Preis so günstig wie möglich zu halten. Daher erhalte ich keine Gewinnbeteiligung auf Amazon für die Druckausgaben. Auch die E-Books gehen zum Mindestpreis raus, der gekoppelt ist an der Seitenzahl der Bände. Daher kosten sie zwischen 1 und 2 Euro. Alle 12 Bände kosten 93,81 Euro als Buchdruck, schwarz-weiß, und 15 Euro in Farbe als E-Book. Momentan arbeite ich an einer einfachen Buchdruckfarbausgabe, welche in 6 bis 10 Bänden zu bekommen sein wird. Dazu braucht es Lagerkapazitäten und Versandfreunde, die sich darum kümmern würden. Wer Interesse hat, die Farbausgaben privat zu verschicken, kann sich gerne an mich wenden. Wir reden hier aber von bis zu 5000 Büchern, die professionell eingelagert werden müssten und über Versandtaschen verschickt werden. Wer alle 12 Bände in Berlin abholen möchte, zahlt für alle 12 Bände mit neutralem Hardcover-Umschlag, geklebt mit Fadenheftung, schwarz-weiß, ca. 50 bis 70 Euro. Die Farbausgabe würde dann ca. 120 bis 180 Euro kosten, alle 12 Bände. Ich hoffe, ich finde bis 2023 einen Verleger, der die Bände dann herausbringt. Zwischen 2018 und 2020 wurden bisher 1500 Bände ausgeliefert von Amazon. Daher sehe ich, dass sich die Arbeit auch gelohnt hat, jetzt wo alle 12 Bände zu bekommen sind. Kann auch jeder zugreifen, der warten wollte, bis sie ganz rauskommen. Wer mir nachweist, dass ihm die Nature23-Übersetzung so gut gefällt, dass er eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen hat, bekommt die E-Book-Version, die 12 Bände, gratis zugeschickt an eine E-Mail-Adresse seiner Wahl. Die 15 Euro Kosten werden von mir und der Gemeinde dann subventioniert. Wer Anregungen hat oder Fehler finden sollte, meldet sich einfach unter nature23bibel.atfreenet.de. Und jetzt viel Freude beim Lesen. Bei Fragen nutzen Sie auch den Kommentarbereich oder melden Sie sich per WhatsApp oder Telegram, Text oder Sprachnachricht unter 0157 757 80 461.